Is der weg? Ne, er ist noch da. In meinem Rucksack habe ich nichts mehr zu essen. Scheiße. Komm. Ist es normal alles oder nichts hier? Ja. Die rauchen, Alter. Ich habe die getroffen. Jetzt werde ich ohnmächtig. Alter Schwede. Leck mich am Arsch. Ist das spannend. Oh fuck, die kommen wieder. Kann der Painkiller was helfen? Nein. Ist er noch da? Wo seid ihr, Wichser? Kommt nur her. Ich schenke euch ordentlich eine Arne ein. Auch wenn ich halb tot bin. Wo sind die, Alter? Oh, bitte seht mich nicht. Fuck. Die sind genau über mir. Da. Hoffentlich schmeckt es, ihr Wichser. Alter, mein Bluttropfen blinkt nicht mal mehr. So tot bin ich. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr hin? Oh Mann, Junge, Junge. Dann nehme ich jetzt mal deine M14. Die Bloodpacks nehme ich auch einfach mal. Fleisch hat er leider keins. Ihr sollt hier landen oder mal stehen bleiben. Oh fuck. Das darf nicht passieren. Kommt schon. Ah, Mann. Leute, ja, so kann es gehen. Mal ist Daisy gnädig und mal nicht. Schauen wir mal in den Rucksack. Da ist aber auch nichts mehr. Da. Jawohl. Wieder getroffen. Wie lange soll das Spielchen hier jetzt noch weitergehen? So, eine Folge hänge ich jetzt aber noch dran. Aber dann muss wirklich Schluss sein. Oh. Steh auf. So kann ich mich aber nicht verteidigen hier. Oh fuck, die ballern wie bescheuert rum. Oh nein. Sie haben mal einen Nut getötet. Ihr blöden Wichser. So ein Bullshit. Rauch doch noch eine. Wo seid ihr? Was würde ich nur für eine AS-50 geben? Ich würde euch so kaputt machen. Wo bin ich denn? Bin ich hier? Ne. Doch. Tatsache. Hier ist ein SUV. So kann ich dann aber nicht mit dem SUV fahren, ne? Scheiße. Da hinten. Was machen die denn hier? Warum kreisen die die jetzt hier andauernd rum? Da ist gar kein SUV. Oh fuck. Scheiße, 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 scheiße. Den scheint wohl wirklich langweilig zu sein. Oh mein Gott. Ah, ein Wildschwein. Habe ich Streichhölzer? Nein. Also hilft mir das auch nichts. Aber was soll's. Ist da hinten eine Stadt? Da hinten ist eine Stadt, oder? Wenn ich's jetzt in die Stadt schaffen würde. Und dort so eine Feuerstelle finden würde. Reichlich Fleisch habe ich hier. Wo fliegen die? Ich seh sie einfach nicht. Ich seh sie einfach nicht. Mann, ich muss mein Fleisch essen. Also solange die hier auch rumfliegen, brauche ich gar nicht in die Stadt schauen. Da ist es grün. Und da werde ich wieder ohnmächtig. Komm, steh auf, Schlampe. Die fliegen wohl da hinten. Über der Stadt rum. Oh nee, die killen ja alles. Nee, Silber ist wieder jemand ganz anders. Fuck. Aber da schießt immer noch einer. Oh, die sind gelandet. Oh mein Gott. Wenn ich halt wüsste, wo. Aber, das hilft mir auch nichts. Selbst den Heli klauen brauche ich nicht. Weil dann fliege ich los, werde ich ohnmächtig und fall raus. Ganz toll. Aber hier rumliegen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also komm. Ach, du Scheiße. Das war so scheiße. Die haben uns getroffen. Und dann habe ich die Kontrolle über den Heli verloren. Erst quasi, obwohl ich steigen gedrückt habe, ist er weiter runtergegangen. Es war jetzt kein reiner Piloten-Fail, ne? Nett, dass ihr jetzt die Bruchlandung auf mich schiebt. Obwohl ich natürlich die Verantwortung dafür trage, weil ich so lange an dem Huey gewartet habe. Ich kann jetzt eigentlich nur hoffen, irgendwie durch Zufall den Heli irgendwo zu sehen und wenigstens den zu zerstören. Ich weiß nicht mal, ob ich in die Stadtrichtung laufe. Ich erkenne gar nichts mehr. Aber wenn ich jetzt die Effekte runterschraube... Moment mal, ich probiere mal. Und schon besser, oder? So lässt es sich doch schon einfacher sterben. Jetzt müsste ich halt nur wissen, wo die gelandet sind. Und wo ich bin vor allem. Ah, okay. Bin das dann ich? Tatsache. Dann sind die wahrscheinlich hier gelandet, um den Heli zu reparieren oder zu tanken oder so. Ich glaube... Irgendwas ist kaputt. Oh mein Gott, hier war ich schon. Hier waren wir ganz am Anfang. Und ich will Rache. Ja! Da bin ich auch draufgegangen. Scheiße. Aber ich habe Rache bekommen. Okay. Okay. Jetzt fehlen noch fünf Minuten. Ist der Nude noch da? Nö. Oh. Jetzt hat er gar nicht gesehen, dass ich ihn gerecht habe. Hm. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es hat mir riesen Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal bei Daisy. Wirsching.